Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Soulcalibur 6. Wir machen Ranked Matches und wie immer mit Nightmare. Und ja, dabei läuft es ja ganz gut. Fünf Siege in Folge. Schauen wir mal, ob wir diese Serie halten können. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber mich würde es natürlich freuen, wenn es doch so wäre. Aber jetzt müssen wir uns doch mal Gegner finden. Verschrien, aber positiv. Gut, das geht in der Suche. Gut, die kenne ich generell... Oh Gott, das ist... Oh, das ist die Schwertante. Ich glaube, das ist relativ schnell. Ich habe fünf Siege in Folge. Ne, das wird nichts. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Komm, 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 komm. Na! Das ist nur meine Taktik, du Arsch. auch gut ich bin an den Mann und dann So. So. Perfect. Final battle. Fight. Ah, missed. Schade. So. Harald Römer, Sä, schäfer. Grusel, schäfer. Schäfer. So. So. So, Ah, kuh-kuh-kuh-kuh! Ah, kuh-kuh-kuh-kuh-kuh-kuh! Battle 3, fight! Ah! Ja, gut. Wenn ich da nicht wegkomme, kann ich nichts machen. Egal. Battle 4, fight! Yes! Man, hat der jetzt auch noch zweimal oder zieh? Ja, gut, das war jetzt. War schön. Fand ich trotzdem coolen Kampf. Verliere ich gerne so. Aber auch gerne. Natürlich würde ich lieber gewinnen, aber fand ich einen fairen Kampf. Somit ist es okay für mich, dass ich verliere. Da sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, Servus und Baba! Ja! 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 Ja!